Ich hätte auch eine Idee. Wir lassen Bier und Würstchen entscheiden. Wie stellst du dir das vor? Immer ein Bier, ein Würstchen, ein Bier, ein Würstchen und wer von uns als erster Platz bezahlt die Rechnung und darf den Buggy nochmal streicheln. Sehr schön. Und wann geht's los? Gleich. Wir gehen darüber und suchen uns ein nahhaftes und gemütliches Plätzchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Ober, hier. Ein Vanille-Eis, aber mit viel Eis drauf. Das versteht sich so. Das fördert die Verdauung. Versuch's auch mal.